Hört alle her. Kein Rückzug, keine Unterwerfung. Spart das Gesetz, werden wir kämpfen und bis zum Letzten standhaft sein. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Erika, wo sind wir denn eigentlich hier? Erzähl mal den Zuschauern, wo wir sind. Wo? Wir sind im Dorf bei Demi. Im Vorgarten. Er hat mich auch nur getroffen, weil ich auf der in die Flasche geguckt habe. Ich habe immer zu, ich sage gerade, bumf. Hast du dich wirklich getroffen? Sag mal an. Zwei Mal. Zwei Mal. Willst du heute wieder einen auf Terminator machen, oder was? Ne, heute nicht. Wie heute nicht? Lasschen, ich habe gehört, du willst dich heute als Opfer auf Schwerd gehen. Terminator. Machst du? Da passt! Hey du musst hier nichtkommen! Daniel, du musst aufpassen! Hey, du ja schiess nicht! Du sagst du weh! Emily! Emily! Sag mal, hallo Emily. Hallo Emily! Emily!